Hallo, grüß dich! Ich stelle dir heute mal wieder die Frage, sag mal, kennst du noch? Und heute frage ich dich, kennst du noch alte Telefone? Wenn du das hier siehst, was ich jetzt hier gerade drauf habe, was ist das Erste, was du dich fragst? Sag mal, hä? Sind wir hier jetzt gerade im Mittelalter angelangt? Was zur Hölle ist das, was ich da jetzt gerade sehe? Ja, wir gehen wieder mal zurück in eine alte Zeit ohne Internet, ohne Handys. Und hier wurde noch lange nicht an Handys gedacht. Hier war Handys noch überhaupt kein Thema. Sie wurden vielleicht gerade entwickelt und es wurden vielleicht die allerersten Handys, waren vielleicht mal irgendwann im Gespräch. Aber was ist, wenn ich dir sage, es gab eine Zeit, da gab es noch nicht mal kabellose Telefone. So, pass auf. Ich möchte dich so weit zurücknehmen in eine Zeit, wo ein Telefon fest an einem Ort im Haus stand. Dieses Telefon musste quasi dann durch ein kurzes Kabel unten in der Buchse verankert sein und das Telefon war komplett verkabelt. Und auch der Hörer. Das war eine kleine Mücke. Es gab damals tatsächlich noch eine Situation, dass solche alten Telefone mit dieser Wahlscheibe, falls ihr nicht genau wisst, wie man eine Wahlscheibe benutzt, gibt es bestimmt ein Video dazu. So hat man eine Wahlscheibe benutzt. Wenn zum Beispiel die Nummer war 5378, dann hast du erst die 5 gedreht, dann ist die Scheibe zurückgesprungen, dann die 3, dann ist die Scheibe zurückgesprungen. So hat man früher diese Wahlscheiben benutzt. So, pass auf. Und jetzt kommt der Shit. Diese Telefone waren, wie gesagt, an einer Stelle im Haus. Und dieser Hörer, ihr seht es schon, der ist nicht besonders lang. Das heißt, wenn du jetzt ein Telefonat führen wolltest, je nachdem, wo das Telefon stand, bei uns war im Flur, das heißt, ich musste immer, wenn ich telefonieren wollte, musste ich runter in den Flur und dann musste ich in diesem Flur stehen. Weil das Telefon da war. Natürlich, man konnte das Telefon vielleicht auch, wenn man ein langes Kabel hatte, dann hat man das gesamte Telefon mitgenommen. Nicht den Hörer, sondern das gesamte Telefon konnte man mitnehmen, wenn man ein langes Kabel hatte. Und dann hat man sich vielleicht in die Stube auf die Couch damit gesetzt. Aber dann, wie gesagt, man hat das gesamte Gerät genommen und den Hörer, der fest war, hat man dann irgendwie mitgenommen. Als es dann irgendwann die Telefone gaben mit diesen Tasten hier, das war schon richtig Novum. Das war schon richtiger Luxus. Aber eine ganze Zeit lang meiner Kindheit gab es keine Telefone mit einem Hörer, der dann halt über Funk quasi funktioniert hat. Sondern sowas hier war irgendwann so richtig neu. Oder dass du, wie gesagt, den Hörer mitnehmen konntest, dass ich den Hörer mit in mein Kinderzimmer nehmen konnte. Das war richtiger Luxus. Dass du telefonieren konntest in deinem eigenen Zimmer. Das war irgendwann so ein Komfortgewinn für mich als Kind, dass man auch mal heimlich telefonieren konnte. Vielleicht hatte man eine Freundin. Immer wenn ich damals meine kleine Freundin aus der Grundschule, wir mussten halt immer im Flur telefonieren. Und man muss halt dazu auch sagen, telefonieren war damals halt gar nicht so unwichtig. Denn wir hatten keine Handys. Das heißt, wenn du dich jetzt verabredet hast, du hast schon mal gesagt, ey, Faye, wollen wir heute nach der Schule uns irgendwie um 15 Uhr im Park treffen? Dann hast du halt vorher noch mal angerufen. Ja, hallo, guten Tag, Frau Faye. Ist der kleine Faye grüßt denn schon los? Oder ist der noch da? Ja, oh nee, der ist gerade los. Ja, okay. Du hast noch mal abgecheckt. Das heißt, telefonieren war damals noch viel, viel wichtiger als heutzutage. Heutzutage schickst du eine kleine WhatsApp. Wie gesagt, früher kein Internet. Da hast du halt noch mal zu Hause angerufen. Man hat halt ständig mit den Eltern telefoniert, weil die Eltern sind rangegangen. Damals kannte man noch die Eltern seiner Freunde, weil du halt mit denen am Telefon gesprochen hast. Und wenn du richtig lustige Eltern hattest, dann haben die immer noch kleine Fragen gestellt. So, wie geht es dir denn so? Wie war die Schule? Manche fiese Eltern haben versucht, Informationen rauszubekommen von wegen, ja, heute in der Schule hast du denn viele Hausaufgaben? Und dann sage ich so, ja, ganz viele. Aha. Faye grüßt hat angeblich keine bekommen. Also, so richtig gemein damals noch. So über kleine Pfeilen getappt. Richtig gut. Und ja, da hat man, wie gesagt, auch mit den Eltern noch ein bisschen gesprochen. Und am schlimmsten war, wie gesagt, die Zeit, als diese Telefone so fest implementiert waren, so mit kurzem Kabel, sodass du einfach im Flur stehen musstest, um halt noch irgendwie zu telefonieren. Ich glaube, gerade dieses Konzept, dass man an diesem festen Ort gesprochen hat und da telefonieren musste, ist für viele heute jüngere Menschen halt, kann man sich gar nicht vorstellen. Erster Zustand war, altes Telefon mit Wahlscheibe, ganz, ganz kurzes Kabel. Du musstest an diesem Ort stehen bleiben. Der nächste bessere Zustand war, du hattest ein Telefon, das oder das. Das konntest du aber wenigstens das Telefon mitnehmen, weil es ein längeres Kabel hatte. Das heißt, du hast den gesamten Apparat wenigstens irgendwo mit hingenommen, wo du in Ruhe telefonieren konntest. Vielleicht im Wohnzimmer oder in der Küche oder so. Dann kam der nächste Stand, dass alte Telefone wenigstens einen Hörer hatten, den du mitnehmen konntest. Das heißt, du konntest wenigstens den Hörer mitnehmen, musstest ihn aber wieder rauflegen. Und dann der vierte Zustand, und das war dann der richtige Luxus, dass diese Telefone einen Hörer hatten, der auch als Telefon fungiert hat. Das heißt, diese Telefone konntest du dann mit ins Kinderzimmer nehmen und du konntest dann auch wirklich wählen. Du konntest aus dem Kinderzimmer dann auch anrufen. Das waren dann quasi wie kleine Handys für zu Hause. Das war dann so nochmal der größere Luxuszustand, den man dann später hatte. Aber das hat eine ganze Zeit noch gedauert, als ich ein kleines Kind war. Ja, ich habe alle diese Zustände damals mitgenommen und habe mich dann halt übelst gefreut. Und der nächste Stand waren dann natürlich die Handys. Irgendwann hatte man dann mal die Handys. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, selbst als du deine Handys hattest, hast du trotzdem nicht damit telefoniert. Warum? Weil es arschteuer war. Telefonieren hat damals 19 Cent die Minute gekostet. Genau wie eine SMS. Es war richtig, richtig teuer. Das heißt, du hast dann lieber über das Festnetz angerufen. A, war es günstiger. B, haben es deine Eltern bezahlt. Das heißt, du hast dann halt lieber aufs Haustelefon zurückgegriffen. Da gab es keine Flatrates oder so. Sondern da war halt einfach mal stundenlang telefonieren, hat wirklich auch mal Geld gekostet. Ja, ja, ja. Früher vom Handy zum Festnetz 1,99 die Minute. Ja. Also, und das ist jetzt auch no joke. Es gab eine Zeit, als das alles so neu war, wenn du vom Handy aufs Festnetz angerufen hast, dann hast du teilweise Preise bezahlt von 1, 2 Euro die Minute. Und das ist jetzt kein Joke. Richtig, richtig teuer. Dann wird es irgendwann schnell günstiger. Aber selbst 19 Cent die Minute, überleg mal. Rechnet das doch mal hoch. Telefonieren mal eine Stunde bei 19 Cent. 12 Euro. Einfach mal eine Stunde telefoniert, hast 12 Euro bezahlt bei 19 Cent. Also, es ist schon... Selbst Festnetz war teuer. Ja, auch das hat Geld gekostet. Aber es war halt kein Vergleich zu dem, was du mit dem Handy damals bezahlt hast. Das heißt, auch selbst, als du Handys hattest für SMS oder Sonstiges, hast du halt lieber auf das Telefon zurückgegriffen, wenn du es denn musstest. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, weil Kommunikation so teuer war in der Zeit damals, da haben wir uns dann halt lieber in real getroffen. Ich weiß, das ist für viele jetzt gerade vielleicht ein schwieriges Konzept zu verstehen, aber da haben wir uns in Person draußen getroffen und Dinge unternommen. Weil wir hatten kein Internet, wir konnten nicht chatten, wir hatten kein WhatsApp, wir konnten nicht telefonieren, es war zu teuer. Wir haben uns getroffen. Also, so physisch. Wir haben uns physisch an denselben Ort begeben, wie die andere Person und haben in real so von Angesicht zu Angesicht uns unterhalten. Ja, ich weiß, das ist schwierig zu vermitteln in der heutigen Zeit. Ich glaube, das ist jetzt... Das werden einige nicht ganz begreifen. Das ist auch einfach zu alt, zu lange her. Menschen persönlich sehen, wann war die Zeit schlimm. Ich habe immer massig SMS geschrieben. Ich war damals schon nicht der große Freund von SMS. Da ist man einfach auf gut Glück los und hat beim Kumpel geklingelt, in der Hoffnung, dass er Zeit hat. Ja, Mann. Früher, jetzt pass auf, könnt ihr euch das vorstellen? In der Zeit damals, wegen diesem Telefon und wegen diesem Kommunikationszustand, da ist man auf sein Fahrrad gestiegen und ist 10 Minuten lang in die Stadt gefahren, wo dein bester Kumpel gewohnt hat und hat geklingelt und hat geguckt, ob er da ist. Stellt euch das mal vor. Ohne, dass ihr eine WhatsApp geschrieben habt, fahrt ihr dahin mit dem Fahrrad 10, 15, 20 Minuten, klingelt an der Tür, werdet wahrscheinlich von den Eltern begrüßt und fragt, ob er da ist. Ich lasse das einfach mal kurz sacken. Kann Tobi runterkommen zum Spielen? Ja, genau. Kann Tobi runterkommen zum Spielen? Oh, ist das süß. Ja, so war das früher, Mann. Fahrrad klingeln? Was soll das denn sein? Keine Zeit muss leeren. Ja, er muss jetzt seine Hausaufgaben erstmal machen und dann entweder hast du angeboten, irgendwie noch zu helfen oder du hast halt gewartet oder bist nach Hause oder kann Tobi denn nachher anrufen, wenn er Zeit hat oder so? Ach, geil, geil, ey. Gilt heute als unhöflich, unangekündigt vorbeizukommen. Das stimmt. Das stimmt. So hat sich das verändert. Telefonkette, ja! F-Snow, ja! Da gab es eine Telefonkette in der Schule. Wie richtig, richtig gut. Kennt ihr noch Telefonketten? Heutzutage kenne ich das von der Arbeit, um zu warnen, wenn die Revision unterwegs ist. Da hatte man in seinen Klassen Telefonketten. Man hat einen Zettel bekommen, wo in der Klasse eine Reihenfolge stand, welcher Schüler, welchen Schüler anrufen muss. Das haben dann halt meistens natürlich auch die Eltern übernommen. Das heißt, die Eltern mussten dann in der Telefonkette, wurden angerufen und haben den Nächsten angerufen. Da gab es keine WhatsApp rumschicken, da gab es keine Gruppen oder so. Da gab es Telefonketten. Ach, wie geil, ey! Wenn der Lehrer halt irgendwie was Wichtiges ansagen musste oder sonst über die Schule, dann gab es Telefonketten. Herrlich! Ey, Flo, grüß dich! Wir hatten später auch so unsere Treffpunkte, wo man einfach hin ist. Ja, genau, 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 genau. Wenn du so ein Spielplätt... Bei uns war es halt die Straße. Ich hatte halt das Glück, ich bin in meiner Kindheit ja in einer sehr, sehr coolen Straße aufgewachsen. Das war so ein Neubaugebiet und so und wir sind halt einfach raus. Wir sind einfach raus, nach draußen auf die Straße und da war... Irgendjemand war da. Entweder waren wir die Ersten, dann haben wir kurz gewartet, dann haben die aber schon gesehen, okay, die Lises sind draußen. Jetzt kommen wir auch. Oder wir waren halt so ein bisschen in der Mitte. Das heißt, wir waren oft die Ersten. Wir sind nach Hause, haben Hausaufgaben gemacht, dann haben wir was gegessen, dann war Dragon Ball vorbei und dann sind wir raus. Und dann waren wir auf der Straße. Dann haben wir Fußball gespielt, haben gequatscht, haben Pokémon-Karten getauscht oder sind auf dem Spielplatz. Und dann kamen die anderen Kinder halt auch raus. Das war einfach... So war das früher. Telefonkette war kein Thema bei uns, weil eigentlich die ganze Klasse... Also, okay, das ist natürlich dann auch gut, ja. Stimmt, wenn du in der Telefonkette bist, du einfach mal klopfen gegangen und hast Bescheid gesagt. Morgen fällt die erste Stunde aus. Und durch den Zustand kam es damals auch vor, dass die Telefonkette dich nicht erreicht hat. Und dann gab es halt Kinder, die sind zur Schule gefahren, weil die Eltern nicht wussten, dass die erste Stunde ausfällt, weil sie vielleicht nicht erreicht wurden zu dem Zeitpunkt am Telefon oder das nicht gehört haben. Und dann waren halt Kinder in der Schule, weil sie durch die Telefonkette nicht mitbekommen haben, dass die erste Stunde ausfällt. Das ist, ach Gott. Dann war Dragon Ball vorbei, ja. Und dann, genau, und Dragon Ball gucken und dann nach draußen, ey. Was hast du in den 90ern gemacht, wenn dir langweilig war? Nichts. Dir war einfach langweilig. Geil. Ja. Wenn in den 90ern, keine Ahnung, stellt euch mal vor, es hatte niemand Zeit. Was hast du denn dann gemacht? Gut, vielleicht hast du NES gespielt, aber was ist, wenn deine Eltern gesagt haben, ja, du darfst jetzt nicht, du hast dann Bücher gelesen, aber wenn du halt keinen Bock hattest, dir war langweilig, ja, es gab kein Netflix, du hattest kein Internet, du hattest kein Handy oder so, dann war die halt langweilig, ja, ja. Aber gut, er hat mal Bücher gelesen. Ich hab früher viele Bücher gelesen. Aber wenn im Fernsehen nur Schrott lief, oder du durftest gerade kein Fernsehen gucken, oder du hast, pass mal auf, auch ganz wild, falls ihr Geschwister habt, jetzt pass auf, jetzt müssen sich einige festhalten, dann hast du mit deinen Geschwistern gespielt. stelle ich euch das mal vor. Du hast mit deinen Geschwistern gespielt und Zeit verbracht für nicht jeder in seinem Raum, am PC, nicht online. Ihr habt nicht zusammen Azeroth bereist, nein, ihr habt zusammen Puppentheater gespielt. Kennt keiner, ne? Ihr habt, dann hat man zusammen Kasperle Theater gespielt, wenn man das zu Hause hatte. Oder man hat irgendwelche anderen kleinen, blöden Spiele gespielt. Mit sowas haben wir früher gespielt. Holzmurmelbahn. Da haben wir Sachen reingelegt und haben geguckt, wie die runterfallen und haben uns des Todes gefreut. Sowas habe ich früher mit meinen Geschwistern gespielt, so Holzmurmelbahn. Oder man hat mit Spielfiguren gespielt. Das heißt, du hast so eine Figur in die Hand genommen und dann hast du die nachgesprochen. Hallo, wie geht's dir so? Dann hat dein Bruder gesagt, ja, mir geht's gut, wollen wir zusammen Skeletor bekämpfen und dann hat man mit diesen Figuren zusammengespielt. Oder Vater, Mutter, Kind. Oder Kaufmannsladen. Da haben wir früher mit diesen Kaufmannsläden zusammengespielt. Und einer hat eingekauft und der andere war halt der Shopbesitzer. Mit diesen kleinen Packungen und so weiter. Das haben wir früher gespielt. Mit Murmelbahn spielst du heute noch auf der Arbeit. Sehr geil. Snow, danke dir. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Vielen Dank für deine Unterstützung. Willkommen im Team. Grüß dich. Oder was hatten wir das letzte Mal? Wie hieß denn noch mal diese, wie hieß denn noch mal diese, hier, warte mal. Das haben wir uns das letzte Mal schon angeguckt. Oder mit sowas hier haben wir gespielt. Mit diesen Stracks Bahnen, mit den Tunneln und so weiter. Da haben wir halt Bahnen gebaut und haben dann mit diesen Autorennen drauf gespielt. Das war so Spielsachen aus meiner Kindheit. Das habe ich mit meinen Geschwistern zusammengespielt. Stracks. Ach, herrlich. Das war halt eine Zeit in einer völlig analogen Welt, wo ganz viele Ablenkungen nicht da waren. Wo man einfach früher, ich will jetzt nicht auf besser oder schlechter, aber früher hat man einfach viel mehr sich durch viele Dinge nicht ablenken lassen. Man hat viel mehr Zeit mit haptischen Dingen verbracht und ja, cool. Auf jeden Fall, das war diese kleine Folge, kennst du noch. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Eigentlich sollte es um was ganz anderes gehen als das, was wir jetzt haben, um alte Telefone, aber es hat uns halt wieder zurückgebracht in die alte Zeit. Ohne Internet, ohne Ablenkung, ohne Social Media, ohne all das, was uns die ganze Zeit in dieser schnelllebigen, krassen Welt gefangen hält. In einer Welt, wo man früher noch abschalten konnte, wo einem langweilig war, wo man gelesen hat, wo man Zeit mit den Geschwistern verbracht hat, als im Gegensatz zu heutzutage, wo man sich in dieser modernen, viel zu schnellen Welt die ganze Zeit verliert und immer weiter dreht und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und wir hatten früher noch Ruhe. Ohne Livestreams. Ah, es war eine gute Zeit ohne Livestreams. Das war, wo ich mal wieder eine Folge kennst du noch und das nächste Mal werde ich dir auch wieder die Frage stellen und ich würde mich freuen, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder begrüßen kann. Ciao.